Willkommen! Um mit Python zu arbeiten, öffnen wir in QGIS, Erweiterungen und Python-Konsole. Wir erweitern die Python-Konsole um den Editor und anschließend gehen wir auf die Seite von QGIS.org. Hier in die Dokumentation, in die PyQGIS-API-Dokumentation und hier sind alle Klassen aufgelistet. Wollen wir die Klasse Projekt, suchen wir QGIS-Projekt, klicken drauf und hier sehen wir alle Methoden und Attribute. In weiteren Videos zeige ich, wie ihr mit den Methoden und Attributen arbeitet.